Da schaut man fest in die hohen Tauern um mich. Das wäre Blickrichtung an den Großgackner. Da schauen wir fest ins Pinzgau. Ins Pinzgau alle. Berger und Natuliva, grüß Eng. Ich will da ein kleines Talkvideo jetzt kurz machen. Es ist nur eine Info für Eng, für meine liebe und nette Community. Das passt recht gut. Wie ihr seht, da hinter mir ein Gipferkreuz. Das Turnvideo dazu wird kommenden Freitag kommen und immer noch die nutzte Chance, weil ich da jetzt so hoch bin. Ich hab richtig fesch angaust und hab Mittag gemacht und teilweise auch hochgelaufen. Weil die Zeit schon richtig eng wird. Aber dafür habe ich recht fesche Aufnahmen gekriegt. Wie gesagt kommenden Freitag kommt das Video. Lasst euch überraschen, ich verrate noch nichts dazu. Und ja, eben deswegen, weil ich da so hoch geschüttelt bin, möchte ich kurz einen Tag machen. Ich denke, und zwar kämpfe ich seit einem halben Jahr mit mir die Füße. Das kenne ich von mir so überhaupt gar nicht. Und hab auch bis heute dann gar nicht rausgefunden, woran das liegen könnte. Ich hab ziemlich viel Stress gehabt in den letzten halben Jahren. Und bin ziemlich ausgelaugt gewesen. Was mir in den Videos auch gar nicht so merkt. Klar, Berg, da beiße ich immer durch. Bin ja auch motiviert. Aber am Ende des Tages oder der Tour war ich relativ gut fertig, was ich so von mir echt nicht kenne. Und ja, wie kommt das? Wie gesagt, die haben relativ viel Stress gehabt. Den Stress habe ich jetzt ein wenig hinter mir lassen können, gell. Und jetzt nicht überhaupt, wo ich da bei der wunderschönen Aussicht da am Gipfer rumhocken. Und so ein paar Stunden kann man sagen. Die Sonne steht schon recht flach. Und auf das hinauf auf meine mieden Füße habe ich mich durchchecken lassen. Dann habe ich eine Blutuntersuchung gemacht. Ein großes Blutbild. Da hat der Arzt festgestellt, der Hausarzt, dass ich die Cholesterinwerte relativ hoch habe. Trotz meiner ausgewogenen und glutenfreien und histaminfreien Ernährung. Und sehr fett war meine Ernährung. Und was auch noch festgestellt hat, ich habe den vererbbaren Cholesterin, wo man mit der Ernährung nicht viel mehr machen kann. Ist relativ traurig, weil, ja, hat die auch nicht gebraucht, gell. Aber es ist ja jetzt einmal so. Und ja, mein Hausarzt hat gesagt, mein Cholesterinwert, ich stelle kurz von Herzinfarkt, gell. Und deswegen lautet auch das Motto vom Video, Bergsport trotz Herzinfarkt, Gefahr, gell. Und ich kann jetzt eine Entwarnung geben. Ich habe mich durchchecken lassen von Internisten. Ich habe meine inneren Organe alles mit Ultraschall durchchecken lassen, zwecks Verkalkung. Ja, und zwar ein bisschen Verkalkung da auf der Halsschlagoda, ist aber nicht so eine Rede wert. Also der Internist ist sehr zufrieden, hat aber eine Leistungs-KG gemacht, quasi einen Prüfstand von meinem Körper. Und das ist, ich bin tipptopp in Schuss, meint er, wo die Myrten Haxen erkennen, das kann er sich selber auch nicht erklären. Er meint auch, der fühle Stress und, ja, ich verlange halt viel von mir auch oft auch. Das weiß ich aber, ihr wisst genau, durch meinen Arbeitsunfall, vor drei Jahren jetzt her, habe ich mich relativ gut gesteigert, für das, dass wir schon einen Haxen amputieren wollten, gell. Da bin ich recht fest unterwegs wieder und versuche mich immer zu steigern und bin auch relativ stolz. Und das kann ja auch zu wohl sein auf mich, dass ich schon so viel geschafft habe, gell. Und jetzt wollt ihr euch da ein bisschen am Laufenden halten, wie es mir so weit geht. Mit den Haxen passt es so weit als gut. Inneren Organe, das Blut, das Herz pumpt wie am ersten Tag, gell. Und ja, also keine Herzinfarktgefahr, ich kann eher eine Entwarnung geben. Klar, übertreiben darf ich es auch nicht, aber alles im grünen Bereich. Wir können Gas geben, wir können eine Bergtour machen, die Natur genießen und ich kann es vor allem mit euch teilen, gell. So weit, so gut. Das war eine kurze Information. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch die Aussicht da genießen. Und wie gesagt, das Video zu dem Gipfelkreuz wird den nächsten, also den kommenden Freitag kommen, gell. Interesse zum Abo, das hat mich gefreut, ein kostenloses, aktiviert die Klingel, gell. Am Samstag sind sie auch kein einziges Video mit einem Daumen nach oben. Und ich habe festgestellt, die Touren jetzt im Laufe der Jahre, das nimmt ziemlich viel Zeit in Anspruch und nimmt auch Geld in Anspruch. Natürlich, man muss fahren, man muss auch ein Equipment kaufen. Diesbezüglich, wer mag, wer Lust und Laune hat und sich gewillt fühlt, eine Kleinigkeit zu spenden oder herzumgeben, ich habe da, in meinem Kanalbanner rechts unten, steht da Facebook-Verlinkung, Instagram-Verlinkung und unter anderem auch eine Spende. Wer da draufkriegt, kommt zu einem Konto, der kann sich da gerne bei Patreon ein bisschen was hinterlassen, gerne mich freuen über Kleingeld oder Trinkgeld, wie auch immer man das nennen mag. Und so kann ich meine Touren auch leichter finanzieren, kann echt mehr Input geben, mehr Bergtun-Videos, bessere Qualität, das ihr eh schon habt und ja, wer gerne mag, nur so nebenbei. Also, soweit, so gut, ich geniesse jetzt wie gesagt noch die Aussicht, gell, und wir sehen uns bei dem nächsten Bergvideo, wenn der Bergwechsel unterwegs ist. Also, macht's alles gut, bis zum nächsten Mal, fährt euch! Juhu! 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 Untertitelung des ZDF, 2020